hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von volk 1 guter letzte folge habe ich eigentlich nicht viel gemacht außer ein level ab habe ich bekommen haben einige male gekämpft noch mal und haben die basis der kanz ausgeräumten haben noch bisschen gelagert da oben wieso steht der verdammtes pack euch werde ich zeigen ein mitglied das karls ging ich denke ich sind alle tot gut es wird jetzt noch ein haufen von den skulls Skullsmitglied ist tot. Skullsmitglied ist tot. Schanktörn wachen, wir schaffen das. Das ist wahrscheinlich noch der Rest von der Bande. Das H-Quartier wird zwar schon ausgeräumt mit den Bossen, oder mit den höheren, aber hier ist wahrscheinlich noch das einfache Fußvolk, was noch gelebt hat. Ja, das freut fein. Ja, vielleicht eine schlecht gewesen, dass man weiß, wer von denen wer ist. Zum Beispiel, wer bist du? Im Moment sehe ich noch nicht mal, wo ich eigentlich bin. Das bin ich. Das ist Teilshow, wie es aussieht. Wer bist du eigentlich? In einer Erfahrung in der Woche bist du kein Böser. Hm. Hier ist ein Skulls-Gangmitglied. Oh, das hätte ich nicht machen dürfen. Jetzt habe ich nämlich aus, was sie in die Woche angegriffen. Ich gehe mal hinter den Tresen. So. Frischfleisch. Ja, das mit dem Freund-Feind, dass man hier die Umrandung sieht, wäre grün und rot. Das ist eine schöne, schlecht wie hier. Wenn die Teils so recht gleich aussehen, weiß ich jetzt nicht, wer von wem... Ja, weißt du wie, wer ist der Feind und wer ist der Freund? Ich habe ja jetzt keine Ahnung. Wer bist du zum Beispiel? Du siehst der Mitglied der Skulls-Gang. Na gut, dann kann ich dich angreifen. Und der Kopf ist geplatzt. Na gut, dann laden wir auch nochmal nach. Der ist auch hinüber. Noch einer. Bist du eine Wache? Eine erfahrene Wache. Jetzt müsste der Glatzkopf einer von der Bande sein. Ja. Wer bist du? Wache. Die ist noch einmal angelaufen gekommen. Denn hier sind nämlich noch welche. Wer bist du eigentlich? Eine erfahrene Wache. Na gut, da bist du ein Freund. Wer bist du? Eine Holzwand. Eine Wache. Keine Ahnung. Warte, Zug beenden. Ich sehe hier nicht, wer er ja wer ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ach, wir haben es geschafft. Ach, wir haben es geschafft. Noch gut. Messer. Messer. Meine Güse, sind das ein Hafenwochen. Lasst mich doch hier weg. Menschen, ich bin wieder da. Ich habe Dinge zu verkaufen. Ich habe Dinge zu verkaufen. Vielleicht hat er ja ein neues Angebot. Kann ich dir helfen. Denn das erneuert sich, denke ich mal, nach ein paar Tagen war es, glaube ich, dass ich das dann irgendwie immer wieder erneuere, das Ganze hier. Aber im Moment benötige ich mehr Kronkorken oder andere tolle Sachen. Kann ich dir helfen? Ah, hier ist jetzt auch nicht allzu viel, was ich gebrauchen könnte. Ein Stimpack. Na komm, hier, das andere, den Rest schenke ich dir. Den Rest des Wertes, mein Freund. Kann ich dir helfen? Hier ist überhaupt nichts, was ich gebrauchen kann. Sonst gehen wir nochmal zu dem Doktor. Kann ich dir helfen? Ja, du kannst mir helfen. Hier ist aber ein Haufen Munition, aber wie gesagt, ich kann nicht mehr allzu viel tragen. War der noch hier gewesen, der Arzt, oder war der am nächsten Ladebildschirm? Nein, ich muss erst ein Stückchen hier hin. Gehen wir mal zum Doktor. Der scheint jetzt nicht da zu sein. Zumindest sehe ich den Doktor nicht. Doktor? Ey, der Doktor ist nicht da. Oh, doch, ja, klar, hab ihn gesehen eben. Ich glaube, hier ist er, ja. Doktor ist draußen. Na, dann halt nicht. Weil ich jetzt auch nichts habe, was ich jetzt so kaufen könnte, lasse ich auch den ganzen Inhalt, also die Permesser und den Speer, was die Gang hatte, jetzt auch oben liegen. Wir gehen jetzt zum Hopp. Abschweichern. Abschweichern. Karawanenfahrer. Was bist du? Karawanenfahrer. Auch nicht. Ja, wie kann ich behilflich sein? Was machst du denn zu dieser Zeit hier draußen? Ich gehöre zur Wache und hab bei den Händlern angeheuert, denen die Waren auf den Karren gehören. Gefährlicher Job, aber gut bezahlt. Vor kurzem ist ein Kumpel von mir umgebracht worden, als er nachts Wache geschoben hat. Was ist das hier für ein Ort? Dies ist der Hub. Ein Handelszentrum für das Ödland. Es ist die größte Stadt, die ich kenne. Man findet hier alles, was man braucht. Und wenn du Arbeit suchst, bist du hier genau richtig. Fast jeder scheint hier jemanden anheuern zu wollen. Für legale oder illegale Jobs. Was machen... Ach, Neil. Kannst du mir sagen, wo ich einen Steuership finden kann? Steuership? Nie davon gehört. Was machen die ganzen Karren hier? Das sind die Karawans. Die ich bewahre. Die Händler karren Güter fast überall im Ödland hin. Junktown, die Bruderschaft, Shady Sands oder sonst wo. Ist das nicht der Karawan, den ich vorhin gesehen habe? Ja, das kann man wohl so sagen. Nach ewiger Zeit sehen alle gleich aus. Sie sind... Was? Sind sie aber nicht. 100 pro. Wo kann ich einen Job finden? Du kannst jetzt so ziemlich jeden im Hub fragen. Oder du kannst dir die schwarzen Bretter ansehen. Hier im Hub gibt es ein paar davon. Seid mal schon wie eine Karawan. Womit handelt ihr? Hm. Mit allen möglichen. Was man so zum Leben halt braucht? Essen. Wasser. Viel Wasser. Denn Wasser ist im Ödland sehr begehrt. Steuership. Das. Gleich mit dem Handeln. Ja, drei Stimplex hast du. Und Munition. Könnten wir unserem Kumpel geben. Würde ich nämlich einmal das Ding hier verkaufen. Die Teile alle. Und ja, behalte den Rest. Teile schon, du bekommst gleich ein bisschen Munition. Besser gesagt, alle Munitionen von dem Typ hier. Und du hast noch zwei Stimpacks, also gebe ich dir drei Stück. Bitte sehr. Also haben wir auch schon wenigstens ein bisschen, was wir doch gleich verkaufen können. Das ist nur so ein Fahrer. Und hier kann ich nicht reden. Hallo. Hallo, was machst du da? Nichts. Ich meine, ich passe auf die Pramen auf. Für was sind die Speere gut? Sind sie gefährlich? Gefährlich? Nein, eigentlich nicht. Manchmal beißen sie. Aber ansonsten sind sie gut drauf. Sie forzen und röpsen die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht wieso. Aber wofür ist der Speer? Oh, sie können entsetzlich stur sein. Wenn ich möchte, dass sie was tun sollen, dann benutze ich einen Stock. Um sie dazu zu bringen, sich zu bewegen. Außerdem möchte ich ihnen nicht zu nahe kommen. Manchmal beißen sie. Okay. Vom Prinzip haben sich hier eigentlich schon die Leute wieder ein bisschen was aufgebaut und erschaffen. Und hier hinten haben sie, hier haben sie Viecher, ein paar Tierhalter in Bramens. Hier haben sie Landwirtschaft. Also warum nicht? Bramens zum Beispiel hat eigentlich Shady Sands nicht, oder? Oder jedenfalls wüsste ich das jetzt nicht. Willkommen im Hub! Was willst du denn hier? Raus hier! Ja, ja, ich gehe doch schon raus. An deiner Stelle würde ich mich von Decker fernhalten. Ich würde mal sagen, wir warten, bis es ein bisschen heller wird. Bis zum Morgen. Hier haben sie wirklich ein paar Barrikaden, Palisaden oder was auch immer gebaut. Die schützen alles. Hier ist die Viehwirtschaft, Landwirtschaft. Na klar, können wir sich selbst versorgen. Hier unten geht es noch weiter mit der Landwirtschaft. Hier ist auch noch mal etwas. Ja, warum nicht? Hallo, du? Ich brauche niemanden. Ich hasse Hunde. Äh, außer deinen, natürlich. Warum bin ich bloß Farmer geworden? Ist noch jemand? Ich versuche diese Bäume zu retten und ich glaube, es funktioniert. Na ja, Bäume, es sieht aus wie Mais, was ihr da habt. Ob das jetzt Bäume sind, na ja. Ich würde jetzt nicht sagen, das sind jetzt unbedingt Bäume, aber gut. Ich brauche kein Wasser. Geh jetzt, bitte. Aber wenn das so ist, mein Freund. Oh, Deputy Fry. Hallo, mein Freund. Deputy Tony Fry steht dir zu Diensten. Was ist das denn für ein Ort? Oh, ein neuer. Willkommen im Hub. Du bist hier in der größten Stadt, die es an der Küste gibt. Soweit wir wissen, ist es vielleicht sogar die größte Stadt auf der ganzen Welt. Ich habe gedacht, du gehörst zum Caravan dazu. Bist du mit denen hierher gekommen? Nein. Das überrascht mich. Da draußen ging es ziemlich übel zu. Besonders wegen der fehlenden Caravans. Aber jetzt bist du im Sicherheit. Halte dich nur vom Maltese Felgen fern. Die machen immer nur Ärger. Dagger und seine Leute. Wer ist Dagger? Er ist der Besitzer von Maltese Felgen. Im Merchant Market. Aber halte dich von dem fern, wenn du keinen Ärger willst. Er ist ein Mörder, aber der Sheriff lässt ihn mich nicht festnehmen, solange ich keine Beweise habe. Was hat es denn mit den fehlenden Caravanen auf sich? Das ist eine echt tragische Sache. Einige Caravanen sind verschwunden. Batsch drüben bei den Fairgo Traders hat eine Belohnung für Informationen oder irgendwelche Hinweise ausgesetzt. Geh mal zum Merchant Market, wenn dich das interessiert. Wo kriege ich Geld her? Das ist im Händlermarkt. Ein paar Meilen südlich von hier. Das sind zwei der Caravanenhäuser. Das dritte ist weiter südlich. Ich würde die Fairgo Trader empfehlen. Die zahlen gut und sind nicht zu verrückt. Weißt du, wo ich einen Steuership herkriege? Der Chip meiner Vault funktioniert nicht mehr und wir brauchen sofort einen neuen Steuership. Als ich habe noch nie von sowas gehört. Aber wenn das irgendwas mit Wasser zu tun hat, dann red mal mit den Wasserhändlern. Das Hauptquartier von denen ist weiter unten im Süden. Vorbei an der Stadtmitte. Gibt es hier ein Krankenhaus? Ich bin verletzt. Tut mir leid. Ist mir gar nicht aufgefallen. Die Children, die Kinder, leiten das Krankenhaus neben den Wasserhändlern. Geh nach Süden am Händlermarkt vorbei. Dann siehst du es nordwestlich von den Wasserhändlern. Hoffentlich geht alles glatt. Wo sind die Läden? Kannst du gar nicht verfehlen. Es ist der beliebteste Teil der Stadt. Der Händlermarkt ist ein paar Meilen südlich von hier. Für dich ist bestimmt der nördliche Teil im interessantesten. Dort treiben nämlich die meisten unserer Bewohner Handel. Wo gibt es denn hier Arbeit? Das ist eben Händlermarkt. Ein paar Meilen südlich von hier. Das sind zweiter Karawanenhäuser. Das dritte ist zweiter südlich. Also das haben sie ja schon gesagt. Läden, das... Echt? Ich rede mit dem Sheriff. Ich kann jetzt nicht von meiner Post weg. Ich muss Gangster abwehren. Die bei uns eindringen könnten. Außerdem kann ich mich mit Berichten nicht viel anfangen. Oh, Handeln. Oh, was hast denn du hier? Fünf Millimeter ist wahrscheinlich für so eine Gatling. Haben wir etwas, was wir nicht brauchen? Na komm, Buff Out. Kauf mir mal seine Stimpaks. Die sind 299 wert. 300, naja, komm. Hier. Und schon haben wir nochmal ein bisschen Heilung bekommen und haben etwas das Inventar... Ja, ausgedünnt, sag ich mal. Es tut mir leid, ich muss mit meinem Ehemann reden. Ja, hallo mein Freund und willkommen im Hub. Darf ich mich vorstellen? Man nennt mich Dan, den Puamin-Mann. Ich mache hier Deals mit allen Händlern. Biete meine bescheidenen Dienste für einen absoluten Tiefstpreis an. Also, was kann ich für dich tun? Hm. Welche Dienste bietest du denn so an? Also, ich kann so ziemlich alles beschaffen, was dem Wagen eines Karawanen oder eines Brahmens hier so fehlt. Und wenn die irgendwas für die Karawane brauchen, bin ich für sie da. Sogar die großen drei kommen immer nur zu mir. Wer sind denn die großen drei? Ja, sowas Süße. Warst du die ganze Zeit in der Höhle eingesperrt oder was? Naja, in der Vault. Die großen drei sind die drei größten Händlergruppen der Welt. Na gut, vielleicht nicht von der ganzen Welt, aber die haben sich einen schönen Batzen unter den Nagel gerissen. Ungefähr soweit dein Auge reicht. Ach die, ich dachte, du sprichst über etwas anderes. Wie kann ich denn den Karawanen beitreten? Ich habe keine freie Stelle, aber versuch es doch mal bei den großen drei. Es gibt sowas wie eine Art Arbeitsamt im Händlermarkt. Das ist ganz nützlich. Da holen die und auch die anderen sich ihre Männer, oh sorry, und Frauen natürlich. Du hast keine freie Stelle. Bist du auch ein Händler? Naja, nicht so richtig. Ich arbeite aber sehr eng mit den meisten kleineren Händlergruppen zusammen und ich weiß, dass wir niemanden einstellen. Wo ist denn der Markt? Wenn man die Straße entlang sitzt, genau in der Mitte vom Hub, kannst du nicht verfehlen. Also ich kann nicht weiter mit ihm reden. Na gut. Jetzt mal speichern. Ich möchte im Schrank sehen, was es hier gibt. Nichts. Und auch nichts. Ich sehe jemanden Neues, mit dem ich reden kann. Luke. Ja, wie kann ich behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Das ist der Hub, ein Handelszentrum für das Ödland. Bla bla bla, das hatten wir schon. Weißt du, wo ich einen Steuerschip finden kann? Einen Steuerschip? Wow, da hast du mich kalt erwischt. Hab noch nie davon gehört. Geh doch mal beim Krämerladen in der Stadt vorbei. Die könnten dir vielleicht weiterhelfen. Was machen die ganzen Karren hier? Das sind die Karawanen. Wir karren Güter fast überall im Ödland hin. Junk Town, Bruderschaft, Shady Sands und sonst wo. Wir sind gerade angekommen. War eine lange Fahrt. Die Gruppe auf der anderen Straßenseite fährt gleich los. Hast du was zum Handeln? Nö. Das passiert nämlich teilweise, ob du einen mit Namen hast oder nicht. Manche kannst du halt reden, mit manchen halt aber auch nicht. Den Jungen hatten wir schon. Gehen wir mal da drüben zu den Bauern hin. Und dann gehen wir mal in diese Gebäude hier. Diese blöden Pflanzen werden nicht überleben. Nichts. Hallo? Geh weiter. Geh weiter. Also, meinen die weiter, dass ich aus dem Haus raus soll? Das haben die ja nicht gesagt. Oder, dass ich in das Gebäude weiter eindringen soll? Hier ist noch das Klo. Ah, jetzt bin ich eingesperrt. Geh weg. Hund, geh weg. Schnell raus aus dem kleinen Raum. Wenn man zu viel Bekleider hat, dann laufen die eigentlich nur im Weg rum. Und sperren einen gerne mal ein. Ich sehe jetzt auch nichts interessantes in diesem Haus. Gehen wir mal an das hier. Wo ist ja die Tür eigentlich? Hier. Das kann man sein. Manchmal sind ja Hefte in diesen Regalen. Deswegen habe ich gehofft, hier ist was. Das ist auch nichts. Die haben schon eine Kampfrüstung hier. Die waren hier. Die Polizisten vom Hop. Tätig auch gerne. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir etwas über den Hop erzählen? Dies ist eine große Stadt. Die größte, die ich je gesehen habe. Das Zentrum liegt im Süden. Und die einzelnen Stadtteile verzweigen sich von dort in alle Richtungen. Wo kann ich mich mit Sachen eindecken? Alles, was ich brauche, kriege ich bei Mitch. Ich bin unten am Maltes Falcon. Gehe von hier einfach weiter in Richtung Süden. Wenn ich einen Job bräuchte, wo gehe ich da am besten hin? Ich arbeite manchmal für eine der Karawanen, die von hier losziehen. Wenn du so eine Art Arbeit suchst, gehe am besten zu einem der Handelshäuser. Mir liegen die Fair-Go-Traders besonders. Aber ich habe schon für alle gearbeitet. Kann ich dich noch was fragen? Was willst du noch wissen? Wer ist hier der Gesetzeshüter? Wahrscheinlich bist du... Ich habe hier die Fry... Fry von Dings. Schon über den Weg gelaufen. Sein Boss ist Sheriff Queen. Du findest ihn meistens auf der Polizeiwache. Was macht man denn hier so? Ich schlage mich so durch. Ich schaue bei den Karawanen an. Wenn ich knapp bei Kasse bin und arbeite ab und zu für die Bauern unten im Süden. Wo kann ich hier Munition und Waffen herkriegen? Also ich kaufe das meiste von Bess drüben im Waffenladen. Das hat eine ziemlich große Auswahl. Was, wenn ich etwas Exotischeres suche? Ich habe gehört drüben. In Old Town gibt es einen Typen, der mit schweren Kalibern handelt. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Das auch. Handeln. Naja, elf Kronkorken. Das ist also nichts weiter für uns. Das ist auch nichts. Gut. Ich würde sagen, an der Stelle werde ich und muss ich leider erstmal die Folge beenden. Also, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge gehen wir in den nächsten Startteil. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. T Burgess. T Burgess. Danke.